Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde World of Warplanes mit meinem heute mal Britischen. Heute wird es britisch. Very britisch. Und die ersten Treffer sehr gut. Schauen wir mal, was es heute gibt. Nächster Treffer. Jetzt kommt, Freunde. Ich bitte. Okay, die Garnision gehört uns. Weiter zum Flugplatz in der Mitte. Ja, sollen die ruhig ihre Garnision auch holen. Okay, zwei von uns sind auf dem Weg zur anderen Garnision. Der Flugplatz gehört auch uns. Okay, ich glaube, da landen andere deutlich mehr Treffer. Oh, das war ein Kritischer. Sehr gut. Wir arbeiten dran. Wichtige Treffer. Wichtige Treffer. Der Gegner am Heck interessiert mich gerade reichlich wenig. Wir müssen sie jetzt mal Stück für Stück ausschalten. Sehr schön. Der ist hin. Schönes Ding, Jungs. Wir müssen da den da holen. Fliegt schön in der Nähe des Bergs. Sehr gut. Da kommt er nicht mehr raus. Fuck it. Jetzt wird es doch kritisch. Wir erobern den Flugplatz zurück. Sehr gut. Sehr, sehr schön, Männer. Ich habe hier Frank bei mir. Got you. Eine unserer Garnision steckt schwerer Treffer. Er kann uns für den Moment egal sein. Wir müssen diesen Flugplatz hier beschützen. Wobei, der ist beschützt. Okay, retten wir die Garnision da hinten mit. Wir haben gerade mit zwei Mann deren letzte Garnision eingenommen. Schönes Ding, Männer. Schönes Ding. Nein, die dürfen keinen weiteren Anflug machen. Wenn die weitere Zerstörung anrichten, haben wir ein Problem. Oh, shit. Ich bin leider zu spät. Ich bin leider zu spät. Aber wir können vorsorgen, dass sie von hier verschwinden. Das können wir schon tun. Vertreiben wir sie. Egal. GG. Dann schmeiße ich die zur Feier des Tages einfach nochmal ab. So, Greta Thunfisch, schaut mal bitte weg. Dass sie nicht sieht, wie ich hier zum Feiern eine schwere Bombe abwerfe. Ja, wir haben gewonnen. Okay, das war die letzte Luftabwehr von denen. Schönes Ding, Männer. Schönes Ding. Wo sind wir gelandet? Boah, solides Mittelfeld. Aber der hat natürlich ordentlich aufgedreht, der Mann. Einmal zum Hangar den Bericht, bitte. Wir wollen einen schönen Bericht sehen. Wir wollen einmal die Zahlen sehen, liebe Freunde. Sieht gut aus. Die Erfahrungspunkte gefallen mir. Sieht gut aus. Kritischer Schaden. Oh, ich habe einen Piloten erwischt. Cool. Also irgendwie habe ich sehr großes Talent dafür, das Heck und den rechten Flügel zu treffen. Und Luftziele zerstört. Okay, gut. Das ist fein. Das macht Spaß. Das wollen wir so sehen. Das war es für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.